Eigentlich sollte das ja mal der PC werden, an dem ich arbeite. Walo Poker Pro Easy Money. Was dauert hier so? Warum dauert das denn so lange? Weil du es sechsmal runterlickst. Oh scheiße. Ihr habt noch sechs Gigabyte frei. Ja, aber man soll da halt auch noch arbeiten. Ist das der neue Rechner? Warum sind da nur noch sechs Gigabyte drauf? Weil wir sehr viele Spiele installiert haben. Okay. Wo ist denn jetzt das? Wo ist denn Download? Lade doch nochmal unter und dann klick auf Rechtsklick im Ordner anzeigen. Sind hier noch illegale Torrent-Dateien drauf? Nein, sowas machen wir hier nicht. Die können wir jetzt erstmal löschen. Das sind alles nur legale Downloads. Das hier ist es. Wenn du die Google Toolbar draufpackst, kannst du die Sachen besser installieren. Und ask.com Was? Sonst such mal bei Bing. Sag mal. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass es der Scheiße so langsam dauert. Du lädst es langsam runter, oder? Wie? Ich lade es langsam runter? Ist der Download langsam oder die Installation? Der Download? Kommen wir mal anschauen, wie leid es ist. Wieso dauert der jetzt zwölf Minuten? Also kann mir das mal einer... Ja, wenn es ein kleines? Oh, ich habe mich ruckabreden. Wie, wenn es ein kleines? Was redet der Mann da? Ich habe auch keine Ahnung, was da redet. Du hast es noch einfach runtergeladen. Jetzt läd ich gerade sechsmal nebeneinander runter. Nein, nein. Findest du es denn, oder lädt es noch runter? Hier ist es doch da. Da lädt es hier. Ja, ich kann doch mal zu faul. Ich wollte den Worte nicht tragen. Warum würde ich dir das tun? Ich kann doch nicht zum Klo tragen. Ich würde das tun, ja. Alles muss man alleine machen. Das lädt. Cool. Aber bei mir am Rechner geht das zacki, zacki, zacki. Ronaldo, wenn ich das Ronaldo schon sehe, ne? Ist der ja für Poker? Macht der Werbung, oder was? Ja. Echt? Oder die haben einfach nur sein Bild kopiert. Aber ich glaube, er macht den Werbung. Guckt eigentlich noch jemand zu, oder? So, noch um die 300. Oh, das war ja die. Wir sind ja alle um 11 Uhr normalerweise im Bett. Seid ihr beim Bett um 11 Uhr? Der Rest hat vorher Fussi geguckt, glaube ich, zu einem Großteil. Spielst du Rocket League? Ja. Kannst du das? Nicht so gut wie selbst und mein Bruder. Und ich? Ja, wie du wahrscheinlich. Das verstehe ich hier nicht. Jörg. Ja. Legst du dir jetzt noch mal den kleinen drunter? Nee, aber das dauert neun Minuten, bis der Client untergeladen ist. Kann doch nicht sein, oder? Frag mich doch jetzt nicht. 100 MB vielleicht. Ich muss so langsam weg. 6 Uhr Schicht. Was machst du denn? Hamster? Nee. Kamul. Du hast Hamster statt Kamul. Ja, habe ich gelesen. Manchmal streue ich bewusst so Witze ein. Ja, bewusst. Vor allen Dingen bewusst. Rocket League ist das beste für Fußball. Sagt das Dortmund. Ja, das ist ja wirklich schade mit Dortmund, ne? Chemielaborant in der Kohlezeche in Ibn-Büren. Chemielaborant in der Kohlezeche in Ibn-Büren? Was? Kohle? Ist das noch aktuell? Gibt's noch, ja. Hat man wohl noch. Kohle. Man grillt dann damit auch noch. Und verkauft Kohle. Irgendwohin. Noch sieben Minuten. Gibt's doch gar nicht, oder? Ist der am Netz? Nein. Was ist das für ein komischer Spam? Irgendwas Rotes. Virenschutzalarm. Ist auch auf der offiziellen Poker-Star-Seite. Es ist doch bis Ende 2018, wenn man uns nicht früher kalt macht. Und was kommt danach? Was macht man dann? Solar. Du kommst ja auch aus einer Gegend, wo es Kohle gab früher, ne? Hm. Da ist ja Garzweiler komplett platt gemacht worden. Ist doch noch um die Ecke, ne? Ja. Bisschen, ne? 50 Kilometer entfernt. Da wurden die alle umgesiedelt. Garzweiler 2 gibt's dann. Vielleicht kommt ja einer aus Garzweiler. Also das finde ich. Okay, 50 MB von 82. Was ist das denn so langsam? Ist ja krass. Oder? 80 MB. Das muss man da noch auf behalten, vielleicht. Du hast es tatsächlich mehrmals dabei gemacht. Ja, aber und? Vielleicht ist eins davon schon da. Mal bitte im Ordner anzeigen. Es ist noch nicht da. Hier ist es. Das wird gerade drunter geladen. Gut, wir können auch abbrechen. Und nach Hause fahren. Jetzt, wo wir schon 50 MB davon haben. Du willst nur noch sehen, wie ich meine 40 Dollar verballere, ne? Du hast das vorgeschlagen. Ja, aber du hast nichts gesagt und hast mich auch nicht versucht, davon abzuhalten. Da hast du gesagt, ey Jochen, bist du wahnsinnig. Doch. Ich habe gesagt, du willst das verballern. Ja? Ja. Und du hast gesagt, nein. Ich habe nicht gesagt, ich möchte es verballern. Ich habe gesagt, ich möchte es verzehnfachen. Das funktioniert mit deiner Verdoppelungsstrategie aber nicht. Das wird mehr, ne? Warte mal. Wir fangen an mit dem Zehner-Turnier. Ja. Dann gewinnen wir Platz 1. Dann machen wir Platz 1. Dann haben wir... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir kriegen 50 drauf. Dann haben wir 60. Dann nehmen wir das Geld, gehen zum 60er-Turnier. Ach so willst du das machen? Ne? Ja. Das Geld, was ich gewinne, setze ich ein. Okay. Oder 50er-Turnier. Und dann haben wir 250. Dann gehen wir zum 250er-Turnier. Wir müssen ja uns beeilen. Ja. Oder? Gut, guter Punkt. Ne? Jetzt wird es ziemlich spannend. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder gehst du rauchen? Ja, ich gehe noch rauchen. Ach, du gehst rauchen. Ja. 62 von 82. Nur noch 20 MB. Ey, das Internet ist wie in einem Gigazeiten. Oder? Das war schneller. Das war schneller. Ich komme mit. Okay. Toll. Dann lässt du mich alleine hier. Ja? Ja, voll allein. Ach, alle ist ja auch noch da. Alle ist ja auch noch da. Tschüss. Mach dir mal Tinder drauf. Dann hast du was zu tun. Tinder? Was? Nicht Tinder. Das ist keine Holz-App. Sag dir Tinder. Du kommst hier verschiedene Holz-Teile an. Ich mache Indertinder, Mare. Ich habe eine super App-Idee. Ja, das ist gut. Man macht Rindertinder. Rindertinder ist auch gut. Die neue App für... Kommt gleich wieder. Und dann haben wir schon die erste Runde verdoppelt. Oh, Georg. Totsicherer Plan, sagt Isabo. Ab morgen gibt es kein SGTV-Mail, weil Jochen sich Geld von der Mafia gingen hat und die jetzt das Studio zerlegt haben. Ja, gut, dass alle morgen alleine im Studio sind. Vielleicht sollten wir doch alle da sein. Wie ist das noch? Noch drei Minuten. Das gibt es gar nicht, ey. In Kasso. In Kasso. In Kasso, ja. Ich weiß auch nicht, warum die so lange brauchen, um 80 MB. Was ist da los? Geben die nicht so viel frei? 69,1. 69,2. 69,6. 7,8. 70. 71. 74. 5. Da kann ich ja schnell nochmal... Eddie anrufen. Eddie aus dem Bett schmeißen. Und sonst? Muss, ne? Muss da. Ich muss. Du sollst zur Zeitüberbrückung schnell einen Mönch-Guide machen. Habt ihr einen Mönch? Ja. Dann seid ihr gut dran. Ja. Ihr nehmt den Stock. Den Stock. Zaubert. Den Stock. Und immer auf den Panda drauf. Ja. Und Kette. Trägt zwar nur Leder, aber... Kette ist mein Tipp. In dem Fall Kette. Kette, Kette, Kette. Was ist das hier für ein Fragezeichen? HP Support Assists. Hm, ist egal. Noch eine Minute. Mhm. Das ist unfassbar. Pokerstars. Was ist da los mit eurem... Wusstet ihr, dass Dominikus auf Latein dem Herrn gehörig bedeutet? Ja, weiß ich. Thomas sieht echt müde aus. Nö, ich sehe abends immer so aus. Der sieht immer. Ja. Der sieht auch morgens so aus. Ich sehe immer müde aus. Das ist wirklich so. Oder deine Fahrradgeschichte. Nee, die haben wir... 50 Sekunden noch. Mhm. 44. 30. Jetzt wird es spannend. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich überhaupt noch Kohle habe. Und dann möchte ich wirklich wissen, ob man ein Echtgeld hier spielen darf überhaupt. Also ich kann einstellen, dass man Poker... Ich weiß es nicht. Aber eben hört sich das noch so sicher an, Thomas. Ja, weil es hier halt eine richtige Pokerkategorie gibt und so. Deshalb dachte ich. Ja, aber das heißt... Guck mal, die machen ja auch Blackjack. So Live-Blackjack und sowas. Um Echtgeld. Die Amis? Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das vorstellen. Die Amis sitzen aber nicht. Wir sitzen hier in Deutschland. Ja. Wir machen jetzt einfach mal hier... Merkst du, ne? Merkst du selber, ne? Merke ich, ja. Willkommen im Tal des Schmerzes. Wer hat das angemacht? Geschrieben. Oh, ich bin ja gar nicht hier eingeloggt mit Supergames.tv. Heide das aus. Mann, Mann, Mann. So, ich installiere und du checkst das mal. Es geht übrigens nur um Spielgeld. Ja, es ist nur Spielgeld. Es ist alles Spielgeld. Guck mal, der hat ja auch da einen Kanal. Mann, das ist ein Ami. Ja, wir sind doch auch Amis. Und Wicom. Oder so. Meine Güte. Pokerstrategy.com Auf Twitch pokern. Georg, das geschrieben. Kommen Sie nicht mehr rein? Was ist denn mein Passwort? Kommen Sie nicht mehr rein? Haben wir echte Karten da? Mein Passwort. Ja, das kannst du erst nicht zuschicken lassen. Ich muss mal eben an meinen Laptop. Ja, geh mal eben an den... Kommen Sie überhaupt hier? Ja, vielleicht. Guck mal, hier haben wir halt auch so ein großes Eis. Ich muss mein Passwort mal finden. Ja, das ist echt schon blöd, wenn du da mit einer Hand nicht mehr sagen willst. Oh Gott. Ja, wobei du kleine Hände hast, ne? Also ja, für mich ist es kein Problem. Das mein ich da. Das macht ja. Anne, guck mich vorwurzvoll an. Wie immer. Ihr habt schon so zwei Rotaugen, ne? Rotaugen? Ja, ich hab mir gerade die Augen gerieben. Hallo Anne, wir haben dich vermisst. Ich hab noch mal nachgepudert. Nein, hab ich nicht das gelogen. Aber ich könnte es tun. Live on Stream, wenn ihr das sehen wollt. Ist hier noch jemand aufs Klo? Ja. Ich glaub, Sepp legt ein Ei. Okay, letzte Chance, ich hab's sonst können wir nicht pokern. Ja. Anne, tut mir leid. Ist okay. Ich muss mal ganz schnell hier hin. Die Leute haben mich eh beschwert, dass ich heute nicht so ausdehme. Was? Nee, stimmt, das war Georg. Was, ich hab mich beschwert? Was hab ich nicht beschwert? Ich bin mal ein FKT-A3er. Okay. Guck ihn dir an, diesen... Ich geh dann mal an die Regie und switch das. Oder der Sepp macht das. Dann kann sich der Poker-Profi hier hinsetzen. Ich bin noch nicht so... Hä? Guck mal nicht so arm. Was hat denn jetzt... Die Leute, wenn man mein Gesicht interpretieren... Anne, die helleren Haare machen... Ich hab noch 70 Dollar. Grundsicher? Grundlicher. Letztens war mein Gesicht auch so aufgewogen gewesen. Können wir schon draufschalten? Nein, warte mal. Wir müssen uns jetzt erst mal was aussuchen hier. Georg? Ja. Hilfst du mir? Ja. Dürfen wir... Darf man überhaupt... Play, Money, Poker spielen bei Poker-Stars auf Twitch? Nein, die Menschen in unserem Land erlaubt, ist ja. Es ist nicht in unserem Land erlaubt, oder? Nein, das ist nicht. Können wir nicht spielen, ne? Hm. Ja, dann... google mal was ja vielleicht wohnt er in österreich sagte okay ich mache jetzt ein play money turnier ich mache wir machen jetzt ein play money turnier das habe ich dir nicht geschickt also doch 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 ja das ist von game laden ganz kurz wir wollen ja hier in sit and go spielen wir wollen hier low medium wir machen hier single table speed regular turbo halber turbo und wir spielen hier 6er tische 6 max ok wo fangen wir an 15er turbo oder hyper du hast nur 500 chips es geht ist halt viel glück ich zeig's dir mal es ist zum zugucken schon dann relativ you have detected some unusual activity on your account das war wahrscheinlich weil du dich von hier aufs eingehen oh gott answer security questions will you have set up before machen wir mal what is the name of your favorite football team what is your favorite color ja was was schreibst du da gerade wie wird das immer geschrieben ich weiß es doch ich weiß es doch nicht verraten du darfst mal eine geheime frage antwort nicht verraten georg was ist falsch confirm security code your answers confirm the details of one of the methods what do you provide you to your privileged use ok mach ich mach oh du mal hä auf welche nehme ich so ist egal ja ja mhm 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 hm Spannend für euch, ne? Das sind ja die Alten. Ansonsten Lämmchen zeich! Ich könnte nicht studieren, ich hätte einenanstür gluten lieben. Und dann noch eine hat eine Stunde monitorерм. Darum kann ich gerade nicht an einらいiges Fußballspiel erinnern? ... Nur weil da wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler drin ist. Wir haben es gleich. Ich komme nicht rein. Ich bin vorne um meine Galerie auf dem Menü aufzunehmen. Ah, Cologne. Kann man da noch? Anders geht es doch nicht, oder? Die Lieblingsfarbe ist auf alle Fälle richtig. Die Lieblingsfarbe ist auf alle Fälle richtig. Und dann haben wir den Fälle richtig. Die Lieblingsfarbe ist auf alle Fälle richtig. Die Lieblingsfarbe ist auf alle Fälle richtig. Genau, gleich ist der Account geschwärts. Ja, kannst du mal gucken, ob dein Sender noch läuft und nicht gemütet ist? Wenn dein Sender läuft? Ich komme in meinen Account nicht rein. Ich bin wieder da. Vielleicht machen wir einfach Feierabend. Ja, das war ja auch schön. Ihr Lieben, jetzt haben wir 5.30 Uhr. Wir hätten ja gerne noch ein bisschen gepokert, aber können wir leider nicht. Von daher können wir auch Schluss machen, ne? Nächstes Mal machen wir das. Genau, was machen wir wieder, war super. Und dann trinken wir mehr Bier. Wasser meinst du? Wasser. Darf man auch bei Tötschen ein Bier trinken? Ja, ich muss ja nach Hause fahren. Achso. Ich darf nicht fahren. Ja. Tschüss. Liebe Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Schönen wir noch einmal das Bild mit? Unbedingt. Gut. Dann machen wir schnell alles aus und dann ist gut. Ne? Gut. Gut. Gut.